Volker Braun ist ein deutscher Schriftsteller. Leben Volker Braun, der nach dem Abitur einige Jahre im Bergbau und Tiefbau arbeitete, bevor er an der Universität Leipzig Philosophie studierte, beschäftigt sich mit den Widersprüchen und Hoffnungen in einem sozialistischen Staat. Seit 1960 war er Mitglied der SED. Gleichwohl galt er in der DDR als staatskritisch und oft gelang es ihm nur unter Einsatz taktischen Geschicks, seine Prosa oder Gedichte zu veröffentlichen, seine Arbeit umfasst Gedichte, Theaterstücke, Romane und Erzählungen. Anfangs spiegelte sein Werk einen kritischen Enthusiasmus für den Aufbau des Sozialismus wieder. Von 1965 bis 1967 arbeitete er auf Einladung von Helene Weigel als Dramaturk am Berliner Ensemble. Nach den Ereignissen des Prager Frühlings beschäftigte er sich zunehmend kritisch mit dem Leben im Sozialismus und den Möglichkeiten der Reform. Danach wurde er verstärkt von der Stasi überwacht. Seit 1972 arbeitete Braun am Deutschen Theater Berlin. 1976 gehörte er zu den Mitunterzeichnern der Protestresolution gegen die Ausbürgerung Biermanns. Ab 1979 war er wieder am Berliner Ensemble tätig. 1981 erhielt er den Lessing-Preis der DDR. 1982 verließ Braun den Schriftstellerverband der DDR. Seine Werke zeichnen in dieser Zeit zunehmend das Bild eines deprimierenden Lebens in der DDR. Die Akteure seiner Stücke bewegen sich resigniert in einem unbeweglichen Umfeld. Sein Ander-Darutschok, der Vaterlist und sein Herr angelehnter Hintze-Kunze-Roman erhielt zwar 1985 eine Druckgenehmigung. Doch nach seinem Erscheinen wurde er von der einflussreichen Kritikerin Anneliese Löffler als absurd und anarchistisch scharf angegriffen. Und Klaus Höpke, damals stellvertretender Minister für Kultur, erhielt ein Disziplinarverfahren, weil er die Druckerlaubnis erteilt hatte. 1988 erhielt Braun den Nationalpreis der DDR. Während der Friedlichen Revolution 1989 gehörte er zu den Befürwortern eines eigenständigen Dritten Weges für die DDR und Geladener. Erst Unterzeichner des Aufrufs für unser Land. Nach der Wiedervereinigung beschäftigte er sich kritisch mit den Gründen für das Scheitern der DDR. In diesem Zusammenhang steht auch seine Zusammenarbeit mit der von Wolfgang Fritz Haug herausgegebenen westlich-marxistischen Zeitschrift Das Argument. Volker Braun leitete 2006 bis 2010 an der Akademie der Künste die Sektion Literatur. Er ist Mitglied des Pen-Zentrums Deutschland. Volker Braun lebt in Berlin. Zur Position während und nach der Wende. Ein berühmt gewordenes Gedicht von 1990 beschreibt sie. Diese Phase bringen es auf den Punkt. Den Widerspruch zwischen Entwurf und Leben, Möglichkeit und Wirklichkeit, Theorie und Praxis. Programmatik und Erfahrung im zuletzt nur mühsam lebbaren DDR-Sozialismus. Jeder Vers in dem Gedicht ist ein kurzer abgeschlossener Satz mit Punkt am Ende. Jeder Satz eine lakonische Feststellung von trauriger Endgültigkeit. Die Hoffnung, die eine Falle war auf dem Weg zur Illusionslosigkeit, muss dieser nun weichen. Auszeichnungen 1964 Erich Weinhardt Medaille 1971 Heinrich Heine Preis des Ministeriums für Kultur der DDR 1980 Heinrich Mann Preis der Akademie der Künste 1981 Lessing Preis der DDR 1986 Bremer Literaturpreis 1988 Nationalpreis der DDR 1989 Berliner Literaturpreis der Stiftung Preußische Seehandlung 1992 Schiller Gedächtnispreis 1993 Stipendium der Villa Massimo 1994 Gast der Universität Walis 1995 Kalver Hermann Hesse Stipendium 1996 Deutscher Kritikerpreis Poetik Vorlesungen an der Universität Heidelberg 1996 Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung und der Sächsischen Akademie der Künste 1998 Erwin Strittmatter Preis 2000 Brüder Grimm Professor an der Universität Kassel 2000 Büchner Preis 2006 Wahl zum Direktor der Sektion Literatur der Akademie der Künste 2007 fährt die Literaturpreis für seine Erzählung das Mittagsmahl 2009 erhielt er gemeinsam mit Olivia Rosenthal den Deutsch-Französischen Kandide-Preis 2010 Stadtschreiber zu Rheinsberg 2012 Ritter des Orteides A.C. des Lettre 2012 Kunstpreis der Landeshauptstadt Dresden 2016 Arganer Preis in Marokko Werke Die Kippa Drama 1962-1965 Mink Fragment Provokation für mich Gedichte Mitteldeutscher Verlag 1965 Vorläufiges Gedichte Surkamp Verlag 1966 Kriegserklärung Mitteldeutscher Verlag 1967 Hinze und Kunze Schauspiel 1967 Schmitten Schauspiel 1969-1978 Lenins Tod Drama 1970 Wir und nicht sie Gedichte Mitteldeutscher Verlag 1970 Die Kippa Schauspiel Aufbau Verlag 1972 Das ungezwungene Leben Kastz Aufbau Verlag 1972 Gedichte 1972 Tinker Schauspiel 1972-1973 Still Gegen die symmetrische Welt Gedichte Mitteldeutscher Verlag 1974 Es genügt nicht die einfache Wahrheit Notate Riecklem Leipzig 1975 Training des Aufrechten Gangs Gedichte Mitteldeutscher Verlag 1976 Simplex Deutsch Spielbaukasten für Theater und Schule Unvollendete Geschichte Surkamp Verlag Frankfurt M 1990 ISBN 3-518-381601 Poesiealbum 115 Volker Braun Gedichte Verlag Neues Leben 1977 Großer Frieden Revolutionstück Dimitri Schauspiel 1980 Stücke Henschel Verlag 1983 Gewahrer oder der Sonnenstadt Büchergilde Gutenberg 1984 Hinze Kunze Roman Mitteldeutscher Verlag 1985 Die Übergangsgesellschaft Henschel Verlag 1987 Langsamer knirschender Morgen Gedichte Surkamp Verlag 1987 Verheerende Folgen Mangelnden Anscheins in einer betrieblicher Demokratie Schriften Riecklem 1988 Bodenloser Satz Surkamp Verlag 1990 Iphigenie in Freiheit Surkamp Verlag 1992 ISBN 3-518-404407 Der Wendehals Surkamp Verlag 1995 Das Nichtgelebte Das Nichtgelebte Erzählung Faber und M. Faber 1995 Lustgarten Preußen Ausgewählte Gedichte Surkamp Verlag 2000 ISBN 3-518-39624-2 Die Vier Werkzeugmacher Parabel Surkamp Verlag 1996 Wir befinden uns soweit wohl Wir sind erst einmal am Ende Äußerungen Surkamp Verlag 1998 Tumulus Gedichte Surkamp Verlag 1999 Trotz des Stohtnichts oder der Wendehals Surkamp Verlag 2000 Das Wirklich Gewollte Surkamp Verlag 2000 ISBN 3-518-411705 Die Verhältnisse zerbrechen Rede zur Verleihung des Georg Büchner Preises Surkamp Verlag 2000 Das Unbesetzte Gebiet Historische Erzählung Surkamp Verlag 2004 ISBN 3-518-41634-0 Der berüchtigte Christian Sporn Der andere Wojcek Zwei Erzählungen Insel Verlag 2004 Auf die schönen Possen Gedichte Surkamp Verlag 2005 Das Mittagsmall Erzählung Insel Verlag 2007 Machwerk oder das Schichtbuch des Flick von Lauchhammer Ein Schelmenstück Surkamp Verlag 2008 ISBN 978-3-518-420270 Werktage Arbeitsbuch 1977 bis 1989 Surkamp Verlag 2009 ISBN 978-3-518-420485 Kassensturz Volker Braun und Zeitgenossen Projekte Verlag Cornelius 2010 Cornelius 2010 ISBN 978-3-8-6237-131-0 Die Hellen Haufen Erzählung Surkamp Verlag Berlin 2011 ISBN 978-3-518-4223-9-7 Werktage 2 Arbeitsbuch 1977 Arbeitsbuch 1977 bis 1989 Surkamp Verlag 2014 ISBN 978-3-518-4224-186 Hörspiele 1991 1991 Iphigenie in Freiheit Regie Karl-Heinz Liefers 1991 Iphigenie in Freiheit Regie Fritz Göhler Komposition Hans Rempel 1992 Iphigenie in Freiheit Regie Karl-Heinz Liefers Komposition Jürgen Meinerl 1992 Hinze Kunze Bearbeitung Thomas Fritz Regie Walter Adler 1998 Der Staub von Brandenburg Regie Joachim Staritz Komposition Benjamin Rinnert 1999 Die Geschichte von den vier Werkzeugmachern Bearbeitung und Regie Jörg Schernens Komposition Wolfgang Florey 2002 Das wirklich gewollte Bearbeitung und Regie Jörg Schernens Komposition Wolfgang Florey 2003 Die 14. Provinz Regie Barbara Plensat Komposition Peter Kaiser 2005 Das unbesetzte Gebiet Regie Jörg Schernens Komposition Wolfgang Florey 2005 Der berüchtigte Christian Sporn Bearbeitung und Regie Jörg Schernens Komposition Wolfgang Florey 2009 Machwerk oder das Schichtbuch Des Flick von Lauchhammer Bearbeitung und Regie Barbara Plensat Komposition Lutz Glanin 2009 Das Mittagsmall Regie Stefan Karnes Komposition Peter A. Bauer 2016 Die Putzfrauen Regie Stefan Karnes Ur-Sendung 10. April 2016 MDR Figaro Filme Der Schriftsteller Volker Braun Training Training des Aufrechten Gangs Dokumentarfilm Deutschland 2014 29 zu 50 M.I.N. Buch und Regie Jen Suwe Korsowski Produktion MDR Reihe Lebensläufe Erstsendung 8. Mai 2014 Sprich Volk und Welt Berlin 1902 ISBN 3 353 008 918 S 57 bis 74 70 7 20 008 008 70 Untertitelung des ZDF, 2020